Hallo liebe Fußballfreunde, mein Tippspiel von 12. Spieltag St. Pauli gegen HSV Mein Tipp ist St. Pauli gegen Hamburger SV 2-2 Kreuterfurt gegen Hansa Roskog 1-3 SFC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig Ich tippe 1-1 Fortuna Düsseldorf gegen SFC Nürnberg Ich schätze von Düsseldorf 3-2 Karlsruhe gegen Darmstadt Ich Darmstadt, ich kenne, wird 2-3 gewonnen Hannover 96 gegen Amina Bielefeld Da ich schätze von Hannover 96 wird Gewinn mit 3-0 SFC Kaiserslautern gegen Jan Regensburg Ich schätze von Kaiserslautern ist das sehr stark gemacht ist gegen Hamburger SV Auswärts war das Davon Heim 3-2 gewonnen von Kaiserslautern 3-2 Holstein Kiel gegen SFC Heidenheim Ich schätze von Unterschieden 1-1 Badenborn gegen Sandhausen Davon ist Badenborn Gewinn mit 4-0 Ich sage mal, viel Spaß von diesem Tippspiel von 12. Spieltag Uhrzeit 22.40 Uhr Ich schätze von 11.40 Uhr Vielen Dank.